Und die Frage, die wir uns jetzt erst stellen müssen, die wir nach und nach jetzt auch zeigen ist, wer profitiert davon? Wer hat es gemacht? Und ich kann das verstehen, dass man da unglaublich davor steht und sagt so, ist das wirklich so? Ist das so dreist? Ja, das ist es. Und man muss letztendlich einfach bei der Wahrheit bleiben, um die Menschen zu schützen, denn darum geht es jetzt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind heute in Berlin. Gestern war die Demo, jetzt war hier gerade eine Pressekonferenz für die alternativen Medien. Da war auch Robert F. Kennedy am Start und ich sitze hier gerade neben Heiko Schöning. Erstmal Hallo Heiko. Moin Moin. Heiko, du bist bei Ärzte für Aufklärung. Willst du meinen Zuschauern mal ganz kurz erklären, was er da genau macht, was diese Vereinigung ist? Also die Ärzte für Aufklärung ist ein Zusammenschluss von über 700 Ärzten, über 2000 Unterstützern und international eigentlich schon mehrere Tausend, die sich nach dem gleichen Vorbild gegründet haben. Wir alle zusammen sagen, dass die Geschichte mit Covid-19, also mit dem Coronavirus nicht wissenschaftlich gedeckt ist. Und das zum einen und zum anderen auch, dass die Maßnahmen gegen dieses ja eigentlich grippeähnliche Virus, das so harmlos ist wie viele andere eben auch, dass diese Maßnahmen absolut überzogen sind und unverhältnismäßig. 700 Ärzte hört sich jetzt so viel an. Sind das immer mehr geworden jetzt mit der Berichterstattung? Und ich habe gestern auch, habe ich auch der Ärzte interviewt, die hatten da so ein großes Plakat, wir sind Ärzte, keine Verschwörungstheoretiker. Und er meinte auch ganz offen und hat gesagt, okay, dass ich hier stehe mit der Berichterstattung. Ich mache mir schon Sorgen darum, dass ich irgendwie von meinen Kollegen geschasst werde, dass ich meine Appropriationen verliere. Was sagst du zu solchen Einwänden? Naja, eigentlich nicht viel. Das sind, das ist auch sozusagen eigentlich die falschen Themen, die man da besprechen muss. Man ist als Arzt zur Wahrheit verpflichtet. Das sagt auch schon der Hippokratische Eid. Wir haben auf unserer Website Ärzte für Aufklärung auch den Ärzteeid da. Es geht vielmehr um die Fakten. Und ich konnte ja gestern auch in der Rede dort vor der Siegessäule auch Fakten einfach nennen, um die es geht. Sozusagen das ganze Drumherum ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es, gibt es denn jetzt einen Grund, der zu dieser Panik führen muss? Müssen wir denn eigentlich wirklich halt diese Massen tragen oder nicht? Und müssen wir denn auch die Einschränkung unserer Grundrechte, das ist es ja im Kern, müssen wir die hinnehmen? Müssen wir jetzt auch diesen Lockdown der Wirtschaft auch wirklich hinnehmen? Und wenn wir sehen, dass es wissenschaftlich nicht gedeckt, wir haben alle medizinischen, alle wissenschaftlichen Fakten schon dargelegt. Es gibt sogar ein Buch, Corona Fehlalarm, Spiegel Bestseller Nummer eins auch halt gewesen, von Professor Sucharit Bhakti. Wir sind zusammen auch in einem Verein. Und von Frau Professor Carina Reis. Da ist eigentlich, da ist alles schon drin. Und die Frage, die wir uns jetzt erst stellen müssen, die wir nach und nach jetzt auch zeigen ist, wer profitiert davon? Wer hat es gemacht? Jetzt wird natürlich einer, der Corona-Gläubig ist, wird sagen, ja, die haben doch Expertengremien da in der Regierung. Die wissen doch genau, was man macht. Das wird doch diskutiert. Was ist da dein Einwand? Naja, nee, das ist wissenschaftlich halt eben nicht haltbar. Und wir sehen ja auch immer nur wieder die, ja, die, die gleichen Figuren, die uns da rumgetan werden. Und das ist so ein bisschen so wie des Kaisers neue Kleider. Ja. Viele sind geschockt darüber, dass sie denken, Moment, das passt doch gar nicht zusammen. Denn die Ärzte, wir Ärzte sehen ja, die Krankenhäuser bleiben leer. Es wurden viele Stationen halt freigeräumt. Dazu, weil wir einen großen Ansturm irgendwie, ja, medial herbeigeredet worden ist, ja, der ist nicht erfolgt. Und im Zuge dessen sind aber ganz viele Menschen geschädigt worden. Denn das sind jetzt Zahlen aus einem internen Gutachten des Bundesinnenministeriums. Ein Referat für Risikovorsorge hat sich da hingesetzt, hat die Zahlen mal zusammengenommen. Für März und April 2020. Es sind 90 Prozent der notwendigen Operationen nicht durchgeführt worden. Das bedeutet, dass 2,5 Millionen Menschen davon betroffen waren und ganz viele davon jetzt Sterbefälle sind, aufgrund der nicht gemachten, notwendigen Operationen. Und das ist absolut unverhältnismäßig. Und man muss sich fragen, ja, wer profitiert davon und wer steckt dahinter? Und dieser Frage sind wir auch nachgegangen, auch heute, auch mit internationaler Unterstützung. Robert F. Kennedy Jr. war auch dort, hat ja auch halt gesprochen, hat sich klar ausgedrückt halt zum organisierten Verbrechen, auch mit Impfstoffen. Ich muss immer wieder betonen, im Zentrum steht die Wirtschaft. Dieses Coronavirus ist eigentlich nur sozusagen der Sündenbock dazu. Wir haben kein besonderes medizinisches Problem. Nicht in Deutschland und auch nicht voranders in der Welt. Jetzt war ja gestern hier die große Demo. Meinst du, jetzt kommt der Umschwung nachdem so viele Leute auf der Straße waren? Oder wie war dein Eindruck aus so gestern von der Demo? Oh ja, das ist der Umschwung. Der war schon da und der war ja schon am ersten August da, wo über eine Million Menschen sich da versammelt haben. Und es ist so lächerlich, wenn die Tagesschau da gesagt hat, 20.000 waren da. Naja, und jetzt waren wieder halt, also ich weiß noch keine Zahl, aber jedenfalls im siebenstelligen Bereich wieder dort. Es war eine wunderbare Stimmung, auch international viele da gewesen. Es war friedlich und es war, Entschuldigung, es war deutlich auch, ja, dass wir uns auch nicht einschüchtern lassen, dass wir uns nicht abspeisen, dass wir friedlich einfach sagen, wir beharren auf unsere Grundrechte und wir möchten natürlich auch die zur Verantwortung ziehen, die dieses in einer unverantwortlichen Weise auch tun. Und da kann man jeden nur auffordern, der einen Amtseid geleistet hat, auch jetzt zur Wahrheit zu stehen. Also ich finde es ja immer ein bisschen kritisch, sich da so auf die Zahlen zu versteifen. Für mich ist es, ich meine, man sieht halt einfach, dass die Angaben subjektiv sehr gering sind in den Mainstream-Medien. Aber ich sage, mich interessiert letztendlich nicht so, wie viele Leute letztendlich genau da waren. Mich interessiert halt einfach eher, wie das geframed wird. Wie ist so dein Eindruck? Wie wurde gestern darüber berichtet? Hast du da heute Nacht oder heute Morgen mal reingeschaut? Ne, habe ich gar nicht so richtig, weil das ist auch gar nicht so wichtig, halt immer nur sozusagen darüber zu sprechen, über Zahlen oder sonstiges irgendwie, sondern das lenkt immer nur ab. Ja, das lenkt nur von den Fakten ab. Wichtig ist, hat es eine medizinische Grundlage, ja, diese Corona-Panik? Ja oder nein? Und die Antwort ist ganz klar nein. Und dann ist die nächste Frage, ja, warum kommt denn das? Und was viele Menschen nicht verstehen, dass wirklich diese Dreistigkeit wirklich gespielt wird. Und nicht halt zum ersten Mal, sondern auch, dass wir dieses Muster mit Kriegslügen und Ähnlichem immer wieder haben. Und ja, viele fallen halt immer wieder drauf rein, ja. Und das war auch ich genauso, halt in jungen Jahren habe ich das auch noch nicht halt durchschaut, wie das wirklich läuft. Und du hattest ja gerade gesagt, du hattest ja so ein Interview mal gesehen von Mitte März, ja. Da hat man ja auch noch nicht, wahrscheinlich noch nicht geglaubt, dass das halt wahr ist. Aber das sind Fakten, das ist wahr. Wie siehst du, wie siehst du als Arzt das? Ist die Ausbildung in den deutschen Universitäten, ist das so ausgewogen? Lernen die Ärzte wirklich auch so jetzt über den PCR-Test? Also ich habe das ja in meinem Video, das habe ich gestern Abend schon online gestellt. Da habe ich doch erzählt, dass ich eine Ärztin kennengelernt habe, letztens ganz zufällig an der Alster. Und da haben wir uns lange über Corona und alles unterhalten. Und sie war halt, ja, sie hat gesagt, ja, wir haben doch die Positiv-Testergebnisse. Da habe ich auch gesagt, hast du dich mal mit Carrie Mullis beschäftigt? Hast du mal geschaut, was da drinsteht, dass dir gar nicht für Diagnosezwecke geeignet sind? Und so insofern, wenn ich da halt immer sowas sehe, dann denke ich, wären die überhaupt da so richtig ausgebildet? Oder ist das total einseitig oder durch die Pharma-Lobby alles verseucht? Naja, es ist einfach so. Ich habe selber nochmal meine Bücher, Mikrobiologie und ähnliches nochmal gecheckt. Was steht denn da eigentlich drin? Und man muss sagen, die Grundlagen sind zu diesem Fach nicht gelehrt worden, sind nicht im Curriculum drin. Das hört sozusagen auf. Das wird sozusagen da behauptet und dann muss man den Rest auswendig lernen. So ist das halt bei den Medizinern oft. Und ich kann nur allen halt dazu raten, mitzudenken, selber zu denken und die Fakten sehen. Und die Fakten sind, wie du es gerade richtig sagtest, der Erfinder dieses PCR-Tests, der Nobelpreisträger Kelly Morris, hat selber halt gesagt, das kann man nicht für solche diagnostischen Zwecke nutzen. Dafür ist die Methode nicht geeignet. Und das muss man halt eben ernst nehmen. Trotzdem wird es gemacht. Ja, warum? Es hat wieder jemand profitiert davon. Es ist einfach so. Und ich kann das verstehen, dass man da unglaublich davor steht und sagt so, ist das wirklich so? Ist das so dreist? Ja, das ist es. Und man muss letztendlich einfach bei der Wahrheit bleiben, um die Menschen zu schützen. Denn darum geht es jetzt. Die Kinder leiden in den Schulen. Sie werden halt mit Masten traktiert und vieles mehr. Obwohl sie überhaupt keine Risikogruppe sind. Die wenigen, die halt gefährdet sind, das sind im Schnitt über 80-Jährige, die mehrere Vorerkrankungen haben. Schwere wie Krebs und Ähnlichem. Ja, das hat ja gerade in Hamburg, hat es der Professor Klaus Püschel aus dem OKE, der Rechtsmediziner, hat es ja schon gesagt, der hat alle untersucht und gesagt, da ist keiner am Coronavirus gestorben, sondern höchstens mit. Das ist so. Und wenn man dann halt dieses sieht, wie zählt denn das RKI? Das ist das Robert Koch-Institut, das ist Hanebüchen. Da wird jeder als Corona-Töter gezählt, der hier irgendwie vom Fenster gesprungen ist. Oder einen Herzinfarkt hatte oder ein terminales Krebsleiden. Oder Audio-Unfall. Ja, genau. Und vieles mehr. Und dann werden immer nur diese Zahlen addiert, wie viele positive Tests da sind. Ja, na toll. Wenn ich viele Tests durchführe, habe ich auch viele Leute. Aber das wird ja nicht im Verhältnis gesetzt zu den tatsächlich Kranken oder sogar Toten dazu. Deswegen ist es eine Augenwischerei und die Wahrheit wird sich durchsetzen. Und das haben wir auch gestern in einer wunderbaren, friedlichen Art und Weise gesehen. Und so geht es weiter. Zwei Sachen, wo ich nachhaken möchte. Du hast jetzt so viele spannende Sachen gesagt. Einmal Carey Mullis. Wenn man dann, ich sag mal so ein Arzt, der wird dann bei Carey Mullis bei Wikipedia reinschauen. Da steht dann erstmal, er ist Klimawandelleugner, er ist Aidsleugner, er glaubt an UFOs. Und da, ich glaube, da ist auch, wenn man dann sowas liest, wo halt wirklich auch, ich meine, Wikipedia ist ja auch wirklich, ja, sehr links unterwandert sozusagen. Da gibt es ja auch Beiträge, wo man dann sieht, dass viele von den Beiträgen auch zum Klimawandel irgendwie von einem, einem Aktivisten immer geschrieben werden. So und da denke ich auch, meinst du, wenn ein Arzt sowas liest, dass er sich dann solche Leute genauer anschaut? Naja, also das, was du gerade alles gesagt hast, das kann ich jetzt natürlich hier jetzt nicht nachvollziehen. Ich kann aber nur alle einladen, mal den sehr guten Film, Vicky, Vicky Hausen, glaube ich, heißt er, sich mal anzuschauen. Von Dirk Pohlmann und Markus Fiedler. Wie das wirklich abläuft in der Wikipedia. Es ist kein unabhängiges Nachschlagewerk dazu. In den wichtigen Sachen, in den politischen Sachen, gibt es da wirklich halt ganz harte Interessen. Und auch Diffamierung natürlich dazu. Naja, also es ist nicht alles so, wie es scheint. Das muss man letztendlich sehen. Und die Frage ist immer, wer profitiert. Kuibono. Soviel, glaube ich, erstmal dazu. Jetzt nochmal zu Herrn Püschel in Hamburg. Da war es ja so, dass er Obduktionen durchgeführt hat und das Robert-Koch-Institut hat gesagt, ja, ist ja Wahnsinn, Infektionsschutz und so. Und dann kamen erst die beiden großen pathologischen Gesellschaften und haben gesagt, okay, das ist eine neue Krankheit. Obduziert die unbedingt. Da kann natürlich jetzt hier, kann man sagen, okay, da hat das Robert-Koch-Institut versucht, da Informationen zu unterdrücken. Oder wie siehst du das? Oder war es einfach, ist das ganz normal, dass sowas da passiert? Nein, das ist es nicht. Da sah man ja so schon vom Anfang auch her. Wenn man dann halt es annehmen kann, nicht? So, wir haben da jetzt so ein Killer-Virus. Oh Gott, oh Gott, was ist denn da? Und wie funktioniert das? Dann muss man natürlich untersuchen wissenschaftlich. Und dann muss man Obduktionen machen. Und alleine das schon, dass das Robert-Koch-Institut gesagt hat, macht keine Obduktion. Die haben wirklich rundgeschrieben so, man soll davon Abstand halten. So, wie? Ich soll das nicht untersuchen. Das ist so, als wenn ein Verbrechen halt da ist und man sagt den Kriminalbeamten vor Ort so, macht keine Spurensicherung. Und die Begründung war ja so hanebüchen, dass sie gesagt haben, ja, die Pathologen könnten sich ja infizieren, nicht? Mit einem tödlichen Virus. Das ist völliger Quatsch. Das haben auch die Fachgesellschaften da gesagt, nicht? Die sind gut geschützt, das gibt alles, nicht? Dieses und viele andere Sachen auch, das muss man einfach mit einem gesunden Menschenverstand sehen. Das passt nicht. Das ist leider alles eine große Inszenierung. Ja, und naja, jetzt kommt ja sozusagen die angekündigte zweite Welle. Wir werden leider höchstwahrscheinlich so einen verschärften Lockdown sehen, so wie das jetzt in Melbourne, Australien da ist. Aber das vielleicht mal in einem anderen Interview. Okay. Jetzt nochmal, hast du noch ein bisschen Zeit? Nee. Okay, also Heiko. Ich muss nämlich zur Siegessäule dahin und nochmal mit ein paar Leuten nochmal sprechen, beziehungsweise noch einiges machen. Und wir hatten gerade eine Pressekonferenz mit Robert F. Kennedy Jr. Und ja, da gibt es noch viel zu tun, auch international. Okay, super. Vielen Dank für das Interview, Heiko. Okay, gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.